Es ist gefühlt schon wieder eine halbe Ewigkeit her, dass es dieses Format Was Wurde Aus eigentlich gab. Genauer gesagt etwas über einem Jahr. Das kann natürlich nicht so weitergehen, weil dieses Format zu einem der beliebtesten von euch gehört. Deswegen gibt es mal heute wieder eine neue Folge von Was Wurde Eigentlich Aus, den entlassenen WWE-Wrestlern. Bevor es aber losgeht, mal wieder eine kurze Nachricht von meinem Sponsor Holy Energy, der auch bei dieser Schneide-Session wieder am Start ist. Die haben nämlich jetzt den Winterschlussverkauf und wenn ihr zum Beispiel auf die Idee kommt, was ich jetzt hier gerade trinke, den neuen Eistee, wenn ihr Bock habt, den mal zu probieren oder mal zu bestellen, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, denn für jede Bestellung über 30 Euro erhaltet ihr den Double Apple Shisha gratis obendrauf mit dem Code Paraflow5, sparst du noch 5 Euro auf deine erste Bestellung mit dem Code Paraflow. Dann noch 10% auf jede weitere. So viel zu meinem Sponsor. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Im Mai 2022 verließ Naomi zusammen mit Sasha Banks die WWE völlig überraschend, nachdem sie mehr als unzufrieden waren mit ihrem Standing als WWE Women's Tag Team Champion. Wenig überraschend wurden beiden wenige Tage später der Titel aberkannt und sie wurden dann auch suspendiert. Danach wurde es ziemlich ruhig um Naomi. So nahm sie als Beispiel in dieser Zeit, wo sie nicht im Wrestling Ring stand, einige Jobs als Model an, zum Beispiel bei der New York Fashion Week, die ja ziemlich groß ist. Außerdem soll sie sich an der Schulter operiert haben lassen. Und gerade letztgenannter Punkt ist ein Grund, warum es aktuell wieder Gerüchte gibt über einen Naomi Return bei WWE. Marella wurde im Mai 2016 aus seinem WWE-Vertrag entlassen, nachdem er seit knapp neun Jahren Teil der Company war und bereits 2014 als aktiver Wrestler verletzungsbedingt zurück trat. Danach hatte er noch einige One-Night-Auftritte, zum Beispiel als Santina Marella, aber zu einer erneuten Festanstellung bei WWE kam es nicht. 2017 nahm die vorübergehende Rückkehr als aktiver Wrestler. Er wrestlte einige Matches, wie zum Beispiel letztes Jahr in Polen bei Primetime Wrestling, bei dem er mit Marius Alani, den kennt ihr sicherlich von Unlimited Wrestling, in einem Tag Team Match im Ring stand. Aktuell ist aber wieder als Autoritätsperson bei Impact Wrestling zu sehen, als New Director of Authority. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hardcore Holly war 15 Jahre lang Teil der WWE, wurde dann aber völlig überraschend im Januar 2009 von der WWE entlassen. Wenig überraschend ging es auch für ihn zurück in die Indie-Szene. Im März 2013 hatte er zum Beispiel einen Auftritt bei Impact Wrestling, wo er in einem 6-Mann-Tag-Team-Match mit James Storm und Magnus auf die Aces und Aids drauf sei. Sein letztes Match bestritt er im Juni 2016, warum man davon ausgehen kann, dass er aktuell sich in den Ruhestand versetzt hat. Curtis Axel, sagen wir mal ehrlich, der konnte nie in der WWE so wirklich Fuß fassen. Er war entweder Comedy-Charakter oder Jobber oder eine Mischung aus beidem. Aber so wirklich großen Erfolg hatte er nicht. Trotzdem gewann er einmal die IC Championship, aber auch einmal die Raw Tag Team Championship mit Bo Dallas. Auch hier, nach 13 Jahren Betriebszugreifigkeit, wurde er im April 2020 als Teil einer Entlassungswelle ebenfalls aus einem WWE-Vertrag entlassen. Danach wurde er nochmal kurz als Producer angestellt, hatte aber auch nur einige Monate dort den Job. Der Mann, der sich aktuell immer noch im 2015er Royal Rumble befindet, ja, hatte sein letztes Match gegen Daniel Bryan im Jahr 2020. Seitdem hat er kein einziges Match mehr, hat auch keinen öffentlichen Auftritt mehr gehabt und deswegen kann man davon ausgehen, dass er doch irgendwie zurückgetreten ist. Und ja, er genießt einfach aktuell sein Leben als Privatperson. Warum denn eigentlich nicht? Kommen wir mal zurück zu der Sasha Banks-Naomi-Storyline. Weil wir kommen nämlich jetzt zu Sasha Banks aka Mercedes-Monnaie. Nachdem wirklich lange rumspekuliert wurde, was Sasha Banks nun macht, ob sie zur WWE zurückkehrt, ob sie zur AEW geht. Und ja, am 19. Februar war es dann endlich soweit, wir hatten Gewissheit, sie ging zu New Japan Pro Wrestling und direkt in ihrem ersten Match gewann sie gegen Kairi. Ja, das ist übrigens dieselbe Kairi, die wir als Kairi Samba WWE kannten. Sie gewann dort am 19. Februar den Frauentitel von New Japan Pro Wrestling. Zudem hat es ja auch kein Match mehr, aktuell wird gemunkelt, dass sie durch die Partnerschaft zwischen AEW und New Japan Pro Wrestling auch mal irgendwie ein Match bei AEW haben könnte. Nachdem wir in diesem Video schon ein paar Mal über lange Betriebszugehörigkeiten bei WWE gesprochen haben, 12, 15 Jahren waren es glaube ich, kommen wir jetzt mal zu Mike Chioda. Dieser wurde im April 2020 nach 31 Jahren völlig überraschend lassen. Man fragt sich bis heute, warum eigentlich? Weniger überraschend blieb der gute Mike Chioda nicht lange joblos. Er hatte einige Auftritte bei Impact Wrestling, hatte dann aber auch einen Job beim Ric Flair Last Match. Und dieses Last Match von Ric Flair sollte auch das Last Match von Mike Chioda sein. Er sagte im Vorfeld schon, dass dieses Match seine Ära, seine Legende beenden wird. Es ist sein letztes Match, seitdem ist er auch im Ruhestand und den hat er sich mehr als verdient. Kommen wir von einer Referees-Legende zu einer Kommentatoren-Legende. Auch wenn dieser nicht so lange bei WWE war, die Rede ist natürlich von Mauro Ranallo. Einer der besten NXT-Kommentatoren meiner Meinung nach. Dieser verließ ja im August 2020 die WWE im gegenseitigen Einverständnis, nachdem er sich richtig stark gemobbt fühlte von John Bradshaw Layfield. Und das nehmen ihn auch bis heute noch einige Übel. Nach einem One-Night-Auftritt bei Impact Wrestling kehrte er dem Wrestling komplett den Rücken und kommentiert heute MMA-Matches, aber auch Boxkämpfe. Ja, kann man machen. Mauro Ranallo hat auf jeden Fall ein Talent für solche Kommentatoren-Jobs. John Morrison war Opfer der vielen Entlassungswellen der WWE und wurde im November 2021 völlig überraschend aus seinem WWE-Vertrag entlassen. Dass so ein talentierter Wrestler wie John Morrison nun mal einer ist, nicht lange joblos bleibt, ist jetzt keine Überraschung. Er kehrt zu AAA zurück, aber hat auch einige Matches für Impact Wrestling, aber auch AEW. Im Januar 2023 debittierte er zudem für Major League Wrestling, vielleicht kennt ihr jemanden die Liga. Dort konnte er direkt in seinem ersten Match die MLW National Openweight Championship gewinnen. Aiden English war ja zuletzt als Sidekick von Rusev aktiv, wurde er im April 2020 aus seinem WWE-Vertrag entlassen, weil man von Seiten des WWE nicht wirklich wusste, was man mit ihm machen sollte. Auch für ihn ging es zurück in die Indies. Bei Slammiversary 2021, das ist so das größte Event, das ist so das WrestleMania von Impact Wrestling, feierte er dann sein Impact Wrestling-Debüt und ist heute Teil des Kommentatoren-Teams dort. Im August desselben Jahres feierte er zudem noch sein Debüt für New Japan Pro Wrestling. Sein letztes Match beschritte er aber im Mai 2022 bei Impact Wrestling und ist wie gesagt bis heute dort als Kommentator aktiv. Der letzte auf dieser Liste ist Mr. Kennedy. Vielleicht kennt ihr noch der ein oder andere. Dieser wurde ja 2009 entlassen aus seinem WWE-Vertrag, nachdem sich Randy Orden über ihn beschwerte. Kurz darauf debütierte er bei Impact Wrestling, wo er bis 2016 einen echt guten Run hatte. Dort konnte er auch zweimal die TNA World Heavyweight Championship gewinnen. 2017 dann noch sein Ring of Honor-Debüt. Bis heute tritt aber Mr. Kennedy in allen möglichen Promotions der Welt an, aber keiner so wirklich regelmäßig. Das waren nach langer Pause mal wieder 10 Wrestler und was aus denen eigentlich wurde. Wie immer, ihr kennt das ganze Ding, stehen euch die Kommentare offen für weitere Wünsche. Es ist wieder alles offen, alle alten Videos sind eigentlich nicht mal aktuell. Deswegen, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt, welchen Wrestler ihr wollt, was der heute macht. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Schaut mal, ich glaube hier ist das, das letzte Video an. Ein paar Sachen sind noch aktuell, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und vielleicht möchtet ihr ein Update für einen mit den Wrestlern oder ich packe euch die ganze Playlist daher. Viel Spaß damit! Aber jetzt geht es um, dass wir jetzt mit den Wrestlern oder die 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 Wrestlern oder die